Hast du Bock, uns zu joinn? Safe! Also am Anfang war ich schon etwas lost und dachte mir nur, dicker, wenn das der Boss sieht. Als ich reingekommen bin, war ich so, Disco-Kugeln, was geht hier ab? Die Azubis haben ja echt Spaß. Scheint eine coole Ausbildung zu sein. Und jetzt einfach drüberziehen? Einfach drüberziehen. Good year. Good year. Good year. Das Ding ist das Beste. All right.